also das häuschen ist komplett fertig wie ihr sehen könnt die garage habe ich jetzt allerdings nicht dran gemacht die kann man zeitlich da so einklappen seht ihr das ich habe das war ein gesundes kamerlos genau da ist sogar ein durchgang können sie alle durch man kann hier die kleinen fenster reinschauen also wenn man irgendjemand an dem schreibtisch sitzt oder so wäre es durchaus möglich da sieht man sogar die küche noch wir können auch gleich noch mal aufmachen ja kannst du das dach mal abnehmen und uns alles noch mal von innen angucken ich kann auch nicht so weit weg von der steckdose leute weil ja wie gesagt die können ja auch aufblicken ja genau dann sieht man das eher am besten so da haben wir einmal ein zimmer das dürfte jetzt das von wenn man das ganz rechts oben ist von mir von rettung ist das zimmer dann darf mit schlafzimmer wobei das schlafzimmer auf der anderen seite ist genau und wohnzimmer mit dem fernseher wo ich hier und der flur mit dem piano ja und die garage habt ihr ja schon gesehen komplett so da ist wie immer unser haufen müll inklusive dem einmal mit den schärmen den jetzt nicht sehen könnt das ist nochmal tobias der sagt euch jetzt tschüss wir sehen uns beim nächsten projekt also bis dahin das waren die simpsons und 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 und